Hallo und herzlich willkommen zur 72. Ausgabe von Ollis Radio Show hier bei O1, ihrem Regionalsender für Oldenburg und Umzu. Martin Scholz, den kennen Sie sicherlich noch von der Boygroup Touché, der meldet sich jetzt musikalisch zurück auf der Bühne. Hier in Ollis Radio Show präsentiert er seine neue Single und natürlich werde ich mich auch ein bisschen mit ihm unterhalten. Das alles und wie immer noch viel, viel mehr erwartet Sie in den nächsten rund 55 Minuten. Mein Name ist Oliver Rosenthal und ich bin verantwortlich für diese Sendung. Herzlich willkommen in Mannis Kochstudio. Mit Manni macht das Kochen Spaß. Heute Manni sorgt für die richtige Steife. Ja Manni, moin. Schön, dass du da bist. Ich brauche deine Hilfe. Es wird nicht steif. Wie bitte? Ach Olli, du bist. Hallo. Ja, gut, dass ich gleich gekommen bin. Die Sahne Manni, die Sahne wird einfach nicht steif. Ich rühre hier irgendwie in so einer flüssigen Masse rum und rühre und rühre und rühre, aber die bleibt flüssig. Das ist ja auch kein Wunder, dass Fett fehlt. Also das ist so, wenn man Sahne aufschlagen will und auch Eischnee oder sowas, dann braucht es immer ein bisschen Fett. Weil es wird ja nichts anderes gemacht, als Luft unterzuschlagen. Die Luft muss sich irgendwo festhalten und das tut sie an den Fettmolekülen. Also braucht man dringend Fett. Also bei der Sahne, bei dem kleinen Päckchen immer das dicke Fett mit in die Sahne tun. Ach siehste, ich habe die Packung gar nicht richtig ausgekratzt. Siehste, das ist nämlich der Fehler. Du, über das Fett in der Sahne, da habe ich noch nie so wirklich nachgedacht. Tja, so ein kleines bisschen Fett und dann klappt es auch mit der Steife. So einfach ist das hier in Mannis Kochstudio. Mensch Manni, da habe ich ja wieder richtig was gelernt heute bei dir. Mit Manni macht das Kochen Spaß. Genau. Ollis Radio Show. Zweimal im Monat hier bei Oldenburg 1. Ollis Radio Show. Schalten Sie ein, dann schalten Sie ab. Mein Name. Ollis Radio Show. – St.